Ein paar Kanarien dazu, und so ein Tinken dazu. Tinken, was wir ihnen heute denken. Weil man täglich ist, haben wir ihnen nicht übergeblieben. Ja, ja. Oh, oh. Na gut. Hm. Ah! Juki. Juki. Hm. Stimmt hier. Hm. Da ja. Wo kommst du denn her? Kommst du von oben? Ja, ich meine Wüffel. Hm. Hm. Ist das von oben? Ja. Ja. Da machen wir alle. Ja. 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 Das ist, äh, was ist das jetzt? Genau das. Ja. Bitte? Genau das. Okay. Ja. Das habe ich nicht falsch gemacht. Mhm. Aber das gibt es auch hier bei mir oder hinterher nicht. Okay. Das gibt es doch sicher. Das soll ich sagen. Im Fachende habe ich das noch nicht überlegt. Also ich habe das Kutter, was man so bekommt und dann möchte ich meistens noch so ein paar Mineralien mit tun oder so. Und dann gibt es immer regelmäßig so schritte Sachen, Salat, auch sowas hier, Basilikum. Ich habe das jetzt mal, weil ich das gesehen habe mit den Maiskohlen, das kann ich so nicht. Den gucken Sie nur, dass ich von der Seite habe, weil Sie ihn nicht kennen. Das dauert, ne? Ja, ja. Ich gehe bald wieder los mit Mais auf dem Nacken, dann hole ich die Pandelle. Ja. Aber nur die Frösse, die halten, wenn sie hart werden, die Schörler, dann gehen sie da nicht mehr bei, ne? Auf Wiedersehen. Den habe ich verkauft hier, den Röhn. Ja. Hundertfessel Euro. Wie hier? Hundertfessel Euro. Unglaublich. Der ist am nächsten Wochenende auf die Reise. Ich habe einen prominenten Vogel hier. Ja. Du bist ja ganz prominenter. Du bist ein VIP. Ein Tasselvogel ist das. Du bist ein Statischer? Ein Tasselvogel. Okay. Ja. Ein Tasselvogel. Ja. Du bist ein VIP, wenn du willst. Ja. Das ist ja klar für Arbeit. Ja. 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 Ja.